Weiter geht's mit der Legend of Zelda Link to the Past. Dieses Mal geht's mit der Overworld wieder ein bisschen weiter, bevor ich dann zum nächsten Dungeon gehen kann. Stirb bitte. Danke. Jetzt muss ich da aber erstmal hinlaufen, von daher. Und ich bin da. Und zwar muss ich zu Linkshouse, was in der dunklen Welt aber nicht mehr Linkshouse ist, sondern ein Bombenshop. Vielen Dank, leg diese Bombe wo immer du willst hin. Nur nicht bei mir. Leg diese Bombe wo immer du willst. Ach so ist das gemeint. Äh, jetzt muss ich hier hochlaufen. Und ich bin da. Es ist auch wichtig, dass man nicht rennt, weil die Bombe dadurch explodiert. Habe ich zumindest gelesen, ich hoffe es ist nicht getestet. So. Jetzt muss ich nur noch hoch gehen. Zack. Ui, ich... Ich stand fast drin. Sie hat mich fast miterwischt. Brunnen der Wunder, wirf uns was hinein. Ja, ich werfe etwas. Einmal werfe ich meinen Bogen. Ja, ich hab's geworfen. Du meinst, das ist ein Schwein? Ne. Das ist ein Zombie-Pigman. Wie ich aussehe, ich weiß, früher war ich wirklich schön, aber heute. Ganon hat mich verunschneidelt, um meinen Willen zu bereichen. Deshalb vernichte ich ihn. Ne, deshalb vernichte ich ihn. Ach, das ist ja essentiell, um Ganon zu besiegen, weil das da gerade stand. Damit gibst du Ganon den Rest. So, aber das ist noch nicht alles. Jupp, ich werfe etwas. Äh, ja, ich werfe das Schwert. Zack. Ja, ich hab's geworfen. Und jetzt kriege ich das ultimative Schwert. Boom, 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 boom. Und wenn ich richtig gelesen habe, ist das alles, was ich da reinlegen kann. Ich kann natürlich noch mehr reinwerfen, aber es nützt mir nicht viel. Äh, mein nächstes Tier ist der Death Mountain, glaube ich. Es gibt aber dort auch noch einiges zu tun. Nein, komm her. Junge, ich muss mir eigentlich von euch überhaupt nichts sagen lassen. So, und zwar kann ich jetzt... ...endlich... ...hier hinter... Ah, ne, es war zu weit. Zuerst hier hoch. Ich weiß nicht mal, ob man das überhaupt schon mal gesehen hat, dass ich dahinter... ...dass es dahinter lang geht. Zumindest bei mir jetzt. ...dürfte ich mal vorbei. Ich glaube, ich hatte es sogar rausgeschnitten, als ich hier war, weil es Zeitverschwendung war. Genau. Äh, enterhaken. Und... ...ab geht's. Genau, zack. Jetzt die Frage, wo ich jetzt hin muss. Also ich... ...muss mir das erstmal alles angucken. Hier geht's rein und da geht's rein und da geht's rein. Ich geh mal da runter. Ganz zufällig. Hier ist zum Beispiel schon mal nix. Was ist aber hier? Ein Rubin. Warte mal, da muss ich noch mal kurz was testen. Hm, leider nicht. Ah, da muss ich von oben kommen. Da seh ich doch schon... ...nen Bomben-Einriss. Achtzimmer Shop. Warte mal, ist in dem Shop vielleicht... ...naja. Naja. Naja, ne. Hier ist anscheinend erstmal nix. Ach, da geht's auch noch hoch. Jetzt ist es. Ja, aber da komme ich nicht hinten anscheinend. fürs erste gehe ich doch erstmal da drüben hoch jetzt habe ich leider mein mein beam nicht mehr zack ich erst mal hier rein zack auch kein herz getrapt schade und hoch da link hier kann ich runterspringen das bringt mir aber irgendwie nix ich würde es denken dass mir das hier was bringt hier runter zu springen ich hab glaube ich habe alle jetzt auch noch mal hoch so geht es hier raus ok auch sinnlos ich glaube da unten ist was los aber ich weiß nicht wie ich da reinkomme da muss ich von oben irgendwie runterfallen das ist ziemlich offensichtlich vielleicht ist hier drüben doch noch was waren ja noch mehr wege zum beispiel dort könnte ich noch runterfallen weiter tut 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 reicht hier vielleicht hier unten da war ja auch noch was das eher weniger vielleicht eher oder vielleicht auch einfach nichts davon springen wir noch mal hier runter ne hier ist auch nix los ich glaube ich gehe doch mal da runter irgendwie ach hier kann ich ja auch runter springen hier ist auch nix äh hä oh 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 hier ist nix los scheiße wo muss ich denn bitte hin ich habe gerade einen fehler bemerkt ich bin in der falschen welt ich bin in der falschen welt oder hier unten geht es auch noch rein gucke ich mich jedoch auch noch um ok war sinnlos gut bei war es so sinnlos was ist denn das ist ja alles jetzt bin ich hier oben ach ich weiß wo ich bin zack hier will ich aber noch nicht hin hier will ich noch nicht hin zack was ist hier noch drin zack das war jetzt langweilig irgendwie ach so komisch heran ja ok ist nur schwachsinn lassen wir das jetzt lassen wir das jetzt und gehen in die dunkle welt wo war das jetzt da unten gucken wir erst mal hier ran ist noch ein shop wobei wenn ich schon mal in dem shop bin naja so jetzt kann es auch endlich mal im spiel weitergehen ist hier was ne da ist nix geh mal lieber in die treppe zack gut das war sowieso unvermeidbar nochmal nach links jetzt hier rein da unten bin ich gerade schon reingesprungen wenn mich meine orientierung so nicht täuscht zack zack spaß damit damit auch springen wir mal ganz zufrieden das hier verbina gibt es hier und bomben gibt es hier interesting hier geht's raus zack und hier geht's rein naja diese tricks habe ich mittlerweile durchschaut das ist doch voll dumm oh mein gott ist das dämlich wenn man darf diese krüge nicht aufheben sonst sonst kann man sich nicht mehr bewegen jetzt was bringt mir das au ja das wird dämlich gebe ich zu hä da komme ich überhaupt nicht hin ja gut ist mir jetzt egal so wichtig ist es sind die rubine jetzt auch nicht hier ah misst das wollte ich eigentlich nicht aber naja wenn man wie komme ich jetzt da hoch weiter geht's lang ah ok wozu geht es natürlich auch das habe ich natürlich auch selbst rausgefunden und ich nachgeguckt hier sind wieder mal zwei zwei wege ich gehe mal zuerst in den oberen nur eine fee aber die die ist nicht hässlich geworden ok darf ich bitte gehen danke und zack es ist hier oben nochmal feen ok irgendwas hier ist irgendwas los sonst werden ja nicht so viele feen hat's teuer geht es direkt zurück Ja, genau. Link kann zwar nicht springen, aber das schafft er dann. Sicher, Link. Sicher. Das ist wahrscheinlich der nächste Dungeon. Ich guck mal erstmal, was in der Lichtwelt hier ist. Alter, stirb. Hallo. Okay. Muss man bestimmt in einer gewissen Reihenfolge machen. Ja, shit, der ist wieder da. Na toll. Ich hab gedacht, nehm ich mir mal ne Abkürzung. So, nächster Versuch. Ich will jetzt jedes Mal rausschneiden, wenn's nix wird. Ist jetzt mein dritter Versuch. Wo ist der Hammer dort? Okay. Oh mein Gott. Und jetzt Erde? Ja. Im Endeffekt ähnlich wie das Rätsel vom letzten Dungeon. Ich würd mal sagen, das war's mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Part, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.